heil christus was ist das denn geöffnet? oh bot nice alter da kommen welche oh da lebt noch einer mal gucken wie das ist ja ist ihn zerfetzt ok ich glaub die Bula war echt ganz schön sick guck's dir an und zack der kalten kann man weiter da hier muss es irgendwas geben da bin ich schon umgegrindet was ist denn das? das habe ich raus gezogen und eben auch das ist verriegelt das ist mir das hier ja das habe ich ja raus gezogen mit das verriegelt da stand was war da drin wahrscheinlich raus gezogen aber da kann ja auch gehen dann check mal vielleicht ok ich glaub müssen wir dann nach oben warte mal ja das heißt ich gehe aber kurz nach hinten gucken ja was da ist ah da ist sogar was position ist immer wichtig im leben hey ich habe den ofengenerator gefunden jetzt muss ich nur noch rausfinden wie ich hinkomme suche bot wir können nicht hin hier durch ich kann auch nicht durch ah ich weiß was ja mit der tür da wegstoßen nein aber das kann man da rein setzen da rein ich kann die dach noch mal schießen linksblick mach das mal aber das fenster ist natürlich einfach glaube ich ja aber ich komme auch nicht weiß da ist da 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 ne das noch hälfte hälfte die hälfte die trefferpunkte das sieht nur so aus weil es am anfang so grün ist von mir aus der volle ich mir mal einstrahlen wahrscheinlich kann jetzt das ding da hinten jetzt gemacht weil sie nicht das ding innen berlin auch partieren genau für die tür auch nicht was wir wieder nach oben da müssen wir zurück ja können ja hätte hätte hier oben ist viel spannender ja ich ich will immer unter sprich viel springen können diese spiele verriegelt aber ich muss eben ich würde ärger in vielerlei hinsicht aber ihr braucht mich für die mission und darum bin ich hier und naja ehrlich gesagt hatte ich gar nicht ja dass er die ofenanlage in gang gebracht hat er ist jetzt auf dem rückweg das erste mal dass ich beide super gleichzeitig weg haben weil die lauschen wieder an der bank die wärmetauscher sind jetzt hochgefahren trotzdem taucht das ding nicht auf ich glaube wir können jetzt hier unten lang oder stimmt was mit dem mechanismus nicht ich glaube er ist fest ich bekomme ich ihn frei wenn ich den druck in den rohren anlassen 20 prozent müssen glaube ich hier drehen die klasse ne geht nicht doch und er hat gedreht bei dem ging das ne der gehen die gehen wieder zurück ach er feilten ach er feilten muss auch beide machen ne ja hab ich ja mehrmals hintereinander ich mach die grad die ganze zeit bis wir hier achte mal mach du mir den linken und ich den rechten achte mal mach du mir den linken und ich den rechten ja feil ich mach links ach meine leuchtet ach meine leuchtet achte mal mit deinem Hass ja meine dreht sich halt permanent ne ach, das ist ausgegangen ach ist ausgegangen hier oh jetzt nochmal wenn du die drehst passiert halt nichts wenn du die drehst passiert halt nichts das ziel zeigt ja dass wir dahin müssen oder wir müssen aktivieren die 1 dann die 1 dann die 2 dann die 2 und so weiter wenn soll also 1 2 3 das hier wirst du dann halt dann musst du das einmal drehen das zweimal drehen aus drei malen das viermalen oder was ich weiß nicht was du machen will das was also wie du dann war ich das 1 scheiße das leuchten auf der lampe leuchtet 1 an die an die ane 2 da oben das steht jetzt nur auf 4 drehen jetzt nicht hier das bereich drehen ein bisschen falsch 3 2 jetzt hier wird hier macht hier da steht oben auf dem beteil jetzt 2 jetzt hier 2 aber ist jetzt warm und jetzt abbauen aktivieren und wo ist der sensor waffen upgrades ich kann voll viele waffen bau das herstellen kann einfach strahlenkanola wo das kanon energiekanone handwaffe zu medizinischen hilfen mir und ihr bei mir die polisgewehr schrotflinte eigene plan blablabla ich kann auch 80 milliarden ich glaube ich wenn dann will ich alle haben die sehr viele allerdings hat was wie eine maschinenpistole obwohl das kanon ist gar nicht so scheiße weil die alles ausgelistet aber als oberen und rutsch ist rd nld ich könnte mit nachlade aber das mit nachlade eventuell und noch alles wahrscheinlich schuss deshalb scheinheit schuss nachladen schuss ist schaden schaden klipp ist magazin größe tempos egal ich spar mal auf den kaut ist der scheiß und die scheiß jetzt eröffnen fahrstuhl aber spaß du alter der letzten reparaturwerkzeug für schiffe alter klipp voll nur kurz drücken ja warte 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 kann ich mal über den botchen pläten aber ist eine hohe klasse ist doch mal deine latex ja dann nicht alter zwei bots wieder rein ballern mit zwei worte ballern das aber gleich wieder pause machen ich habe kohlen ok suchbot wartet man sucht und wartet habe ich drei ich habe drei besuch oder so ich habe zwei ach glaube ich voll hier ist ein schema noch dahinter so ist was muss er gemacht und drehen aber ist noch nicht drehbereit inaktiv und das ding dreht sich wie ein dreher hä es sieht aus als hätten sie eine telemetrie spitze modifiziert keine ahnung wie das funktioniert aber ja ich glaube mit den richtigen teilen kann ich das bauen wo ist das andere lager ich schicke die koordinaten auf ihre rig wahrscheinlich wird es abgeschottet sein hier als wir eintrafen fand ich diese passcodes mit denen kamen wir in dieses lager vielleicht funktionieren sie auch für das andere gebäude wir finden es raus den ball zurück ich hoffe ich kann genug zusammenstücken um die maschine zu finden die maschine zu finden ich bin ein bisschen runter bei mir ist alles ok kommen sie der herr oh dann muss ich hier jetzt Pause machen ja lass unten Pause machen so 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 so